Norddeutscher Rundfunk 2021 Strunz, Elber, endlich! Den hatte er sich längst verdient und jetzt aufgepasst. Was macht der Kerl? Schwackerabwehr von Stefan Kurz und Karsten Janker in der 45. Minute. Markus Babbel, der schon mit neun Jahren in der Bayern-Jugend spielte, mit seinem vielleicht wichtigsten von insgesamt 17 Toren. Elber holt ihn sich und zielt millimetergenau. Drin ist er! Ja, das 0 zu 3, der Höhepunkt des Tages. Ein gnadenloses Tor.